Wenn Gefahr im Verzug ist, dann keine Sorge, das DARE Squad ist zur Stelle. Kai beherrscht Wasser und Eis. Lola nutzt die Stärke des Holzes. Remy lenkt die Macht der Sonne. Und Bobby steuert die Kraft der Erde. Zusammen bilden sie ein Team und kämpfen für das Gute. DARE Squad. Jeden Tag. Bei Nick Jr. Jeden Tag. Bei Nickelodeon. Wenn eure Kinder sich auf eine Mission mit der Paw Patrol begeben, entwickeln sie wertvolle soziale Fähigkeiten. Sie lernen, im Team zu arbeiten, Probleme zu lösen und hilfsbereit zu sein. Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Feldfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei.